Jetzt nochmal die Frage, Professor, müssen wir wirklich um diese Zeit raus? Zeit? Warte mal, die Zeit. Die Zeit, ja, weil Schreiber sagt es irgendwie um eins. Um eins, du weißt, die Untoten rennen. Eine Waffe hat der Schreiber. Das wird jetzt nicht das Problem sein. Und mein Freund, der hilft. Mein Freund, du kannst da ein bisschen, aber pass auf, nicht Freund anschießen. Nicht, nein, nicht Freund anschießen. Nein, nur, du weißt. Ja, er geht mit, ihr könnt ihm was sagen, aber mit dem Antworten wird es schwierig. Ja, super, alles klar. Also bitte, ja, er zeigt euch das Loch, wo die... Gut. Ich mach die Tür auf, wenn... Du zeigst uns die Tür auf. Alles klar, der hier, der... mach los. Mach los. Alles klar. Jetzt die Krechertante weg und dann... Drei, zwei, eins. Spannung in die Gnome. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie auch nicht. Ich sehe sie. Oh Gott. Weg, besteh. Okay. Kurz abwarten. Er verbrennt sie. Sehr gute Idee. Perfekt. Sehr gute Idee, sie zu verbrennen. Lass uns kurz abwarten, ob nicht noch welche kommen. Ja. Da kommen welche. Laborant, unter dir. Oh, ich muss nachhören. Oh Gott. Oh Gott. Nachladen. Nachladen. Ach, schon wieder so eine Dreischertante. Warte, die kriegen wir leise. Ja, ich sehe sie. Okay. Okay, ruhig. Lass die Waffen nach. Ja. Okay, kannst du uns... Was war das denn? Okay, egal. Zerspringen, okay. Sag uns mal den Weg, bitte. Kollege Schneeschuh. Da ist irgendwo nur ein Zombie da hinten. Kappen. Der ist hier lang. Sprügel, ja? Okay. Ja. Kappen doch nicht. Oh Gott, ich habe den anderen hinterher. Über uns ist noch irgendwas. Okay, Laborant, alles gut bei dir? Ja, scheinbar. Sieht so aus. Ja, hier, Zorbi. Nein, noch einer. Noch zwei, drei. Renn an uns vorbei. Ich bin, äh... Okay. Bist du vorher gelaufen? Nee, ich bin bei dir. Hinter dir. Okay. Da hinten waren nämlich gerade welche. Ja. Ah, okay, hier ins Loch. Ah, okay. Da sind wir jetzt runter, oder wann? Oh ja, kannst ja schlecht antworten. Hm. Willst du mich... Du wirst schon, wo wir sind, ne? Ist das das Loch? Nee, natürlich ist das das Loch. Hinter uns, hinter uns. Leverant. Dankeschmesser. Okay. Ähm, gut, und hier drin ist der Mixer, ja? Achso, Jutta, du kannst da nicht reden. Ähm, ja, na klar. Ah, kein Problem. Ähm... Die klären wir nicht jetzt. Sollten erst mal irgendwie... Hier lag noch in, ne? Warte. Da kommt man in den Rand. Oh, Alter, Schröger, was ist denn los mit den Zielsbilds heute? Ey, der hat sich einfach in Luft aufgelöst. Wie, Alter, der hat sich in Luft aufgelöst? Der ist weg. Oh, Schröger, Abstand gewinnen, Abstand gewinnen, komm. Schnellschuss. Schnellschuss. Irgendwas, klar. Hast du dir gerade irgendwas gebraucht? Kann das sein? Nee. Nein, gleich. Lern wir nicht in meinen Schuss. Nein? Probier doch nicht zu holen. Du tust es bei mir. Ja, warte gleich. Komm, Marina. Dankeschmarr, die sind zu laut. Nee, da hinten. Die sind ja auch sehr laut. Ja, da kommt immer mehr, ne? Aber, Uwe, wir müssen das abwarten. Wir müssen abwarten. Ja. Der kommt ja schon klar, der Kollege. Meinst du? Nee, aber... Was willst du machen, ne? Ja, jetzt... Wenn das Teufelsküche weg jetzt bestimmt nicht gehen, da hinten. Naja, auch wieder wahren. Fallen da eh rein in den Luft scheinbar. Den Hike nachladen. Hast du looted, ja? Sehr gut. Ja, die zwei, drei, die hier vorne laden. Loot als auch, oder? Absolut. Oh, Arm weg. Oh Gott. Die hat nicht gesehen. Weil ich Schwein gehabt. Oh, da ist er wieder. Wo kommst du denn jetzt auf jeden Fall her? Er ist bei uns. Ich will es ja nicht wissen. Du bist da. Alles cool, alles cool. Bei der Zombie, hier vorne noch. Bei der Zombie. Okay, er hat ihn. Was macht er denn eigentlich? Er ist ein guter Schütze, oder was? Auf jeden Mal, ne? Ja. Naja, mit der Brille. Der sieht die auch schon auf 300 Kilometer entferne. So, lass uns doch mal überlegen, wie wir hier rinkommen. Er macht keine Witze über Brillenträger. Ganz wichtig. Und auch nicht. So, wir müssen jetzt hier irgendwie runter, oder was? Da kommt irgendwie von links noch irgendwas gekövert. Hier unten drin. Jetzt noch nicht so weit. Jetzt erst. Okay. Ich brauche Holz. Ansonsten kann ich mich da nicht irgendwie reinframen. Ja. Pass auf, mein Kollege holt ein bisschen Holz. Wir müssen mal hier den Baum fällen. Das wird wahrscheinlich deinem Kollegen da nicht gefallen. Na mal, was machen wir jetzt so? Ne, ne, ich hab mir einen eingenommen, der etwas weiter weg ist. Hey, was machst du da? So. Was macht er denn? Den macht er ja einen schönen Rabatz, du. Mit seiner kleinen Pistole. Hm. Wie komisch. Na ja. Wahrscheinlich vom Professor eine Pistole. So. Soll ich nach oben machen, auch mal am Wooden? Frame, oder was? Wir kriegen nochmal Besuch von links weg. Okay. Äh. Ne, das ist ja... Professor, bist du denn? Ach, jetzt kommst du mit raus, ja? Hallo? Professor? Professor? Hallo? Hab, hab, hab. Hier bricht was ein, warte mal. Was kann? Und... Oh Gott. Nicht doch. Wollte... Komm, wir sind dabei, ja. Wir sind dabei. Ich hab auch nochmal 56. Hier vorne ist halt das Problem, dass man hier vorne bald nichts mehr setzen kann, weil irgendwo hier so ein komischer Landclaim-Block ist, den ich noch nicht entschärfen konnte. Der ist weg. Oder was? Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Ganz unten. Ah, sehr gut. Kommst du mit drin? Ja. Zeig ihn ganz, ganz unten. Ganz unten oder hier? Professor? Unten. Zeig ihm das. Zeig es ihm. Ich hab hier noch, wenn sie... Da? Wenn sie brauchen... Guck mal, geh mal vor. Geh mal, geh mal kurz gucken, was da raus ist. Wenn ich hier hingehe, du weißt, wo ich hier hinkomme, wenn ich hier lang gehe. Guck mal hinter, das ist eine Höhle hier. Warum du uns hier lang schickst, versteht kein Mensch. Ganz unten. Ganz unten. Du kannst doch verarschen. Ey, da... Okay. Ganz unten liegt er. Ganz, ganz unten. Ganz unten liegt er, ja. Ganz unten, ja. Ähm. Äh, pass auf hier. Machen wir so. Ja. Und dann hier drüben nochmal so ein X, würde ich sagen. Hobbies. Hobbies. Stell rein. Hier mal durch. Und dann kommen wir hier immer ins Tiefer, verstehst du? Okay. Okay, vielleicht. Ja gut, nur mit dem Hochkommen ist nachher dann wieder ein bisschen schwierig, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ich verstehe ja auch nicht, warum ich das mache. Versteht ehrlich gesagt auch nicht. Aber... Oh, wird schon alles irgendwie seinen Grund haben, ne? Warum will ich das hier alles machen? Karma? Karma würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen, aber wir haben auf jeden Fall wieder mal die Arschkarte, ja. Ja, vor allem gehen wir hier hin, wo man... Ja, wo das ganze Elend angefangen hat. Schau, was macht der da oben? Oh, solange der hier nicht irgendwas nach unten schmeißt, was uns hier begräbt, ist halt nicht gut. Können wir hier Zombies oder was? Können wir hier auch Zombies? Ah, toll. Da unten ist ein Punk und noch ein Punk, alle mit lila Mützen auf? Hä? Was sind da unten? Hä? Siehst du das? Ja, ich sehe es, ja. Komm, die müssen aber weg hier, bevor ich da unten Fuß herun setze. Ist das hier? Äh... Okay, wir sind... Sie sind ja nackend. Nein. Sind denn das für... Ach, ist das nicht ein Zombie? Ähm... Was ist denn hier los, ey? Ich glaube, ich habe doch einen Däckchen nicht rinnen wollte. Ich hoffe, dass... Überleben wäre der... Schuhe mal, schieß. Schieß. Äh, ja. Woher? Kein viel Ahnung, wohl. Alles voll mit Zombie-Ärschen. Würde ich. Sch-sch-sch-sch. Ich bin so ein Lass. Ich habe es. Überlebt. Sehr gut. Wir sind alles voll mit Vitamin. Oh, der hat einen Mixer. Der hat tatsächlich einen Mixer dabei. Einen Mixer? Ja, ich habe einen Mixer und Geld und... Ja, super. Hast du noch was? Kommt man da noch irgendwo hin oder ist da unten immer noch Essig? Nee, hier ist Essig, ja. Okay. Hier ist... Ja, hier ist nichts. Du hast den Mixer, dann wieder hoch. Ja, ja. Lass uns wieder direkt... Oh. Wir sind gerade... Ey, das ist dieses Zeug hier hoch. Jetzt erkenne ich es erst. Sag nicht, dass das der Schleim ist. Das ist der Schleim. Hundertprozentig ist der Schleim. Oh, na toll, ey. Okay. So hoch, ja. Okay, ja. Wisst noch nicht wie. Ja, lassen wir hier einfach so, ne? Ja, natürlich. Falls da nochmal jemand reinfällt, würde ich sagen. Hier links sind Zombies, ich sag dir das. Ich bring mal die Waffe raus. Ich hab noch 21 Frames übrigens. Ich hab auch noch welche. Komm auch hier wieder in die Höhle rin, wenn du möchtest. Also, oder... Ja, ja. Ja, ja. Jetzt komm, lass uns das... Ne, ne, lass uns das machen. Irgendwie durch? Tatsächlich. Ja, ja. Der andere Weg wäre doch viel einfacher gewesen. Professor? Professor? Wer ruft? Wir sind hier in der Höhle. Wir sind hier unten. Wo sind sie? Sind die wieder? Check. Professor, wir sind hier in der Höhle bei dir. Oh Gott, hier ist er noch. So ein Zombie, deswegen kommt der durch das Rennen bestimmt. Der ist ja auch draußen nur am Schreien. Ja, Check, du müsstest nachher meine Sniper nochmal reparieren. Die ist nämlich kurz vor kaputt. Ich hab kein Damage mehr. Professor, wo bist du denn? Unten. Unten. Und? Die unten? Ja. Bitte. Bitte. Bucht. Bleiben. Machst du die Tür zu? Mach die Tür zu, ja. Ja, cool. Kannst du ganz kurz meine Sniper noch reprennen? Ja, na klar. Blöder Zeitpunkt gerade, aber... Es gibt keinen blöden Zeitpunkt, komm her. Ich weiß noch nicht, dass du hier... Nee, lass uns hier unten, ja. Suchen wir uns unten irgendeine Kiste, fragen wir kurz den Prof und dann... Wo hier links? Warte mal, hier. Komm mal. Ja, okay, ja. Hier unten in die... Ah ja. Warte, ich pack sie gleich wieder rein. Danke. Glas, Glas. Okay. Ach, komm mal hier. Halt auch noch, warte mal. 35 Schuss. Okay. Egal, Schematik? Ja. Die erzählt so was. Aus so einer Tussi. Oder wird doch... Oh. Professor, hier, wir sind wieder da. Übrigens, deine Höhle ist undicht. Ach, das ist ja Laborant. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ja, ja. Professor, wir sind wieder da. Ah. Oh. Das ist deine Höhle undicht. Nein. Wie? Und da rollt ein... Hm? Der hat mir gerade Antibiotika hier schmissen. Dankeschön. Antibiotika. Warum schmeißt der uns Antibiotika hin? Vielleicht. Tut das gut ab und zu mal eine kleine Pille? Nein? Ja? Bestimmt. Jetzt, wo du saust, ja? Ja. Hm. Mixer? Ja? Ich packe die hier in die... In die... Ja. In die... In die Kiste hier rein. Eine von denen. Eine von denen. In die Mitte, ja. Ja, ja, genau. Ah, ja. Mein... Mein Mixer. Hm. Okay, und der... Kommt jetzt da oben hin, oder wie? Kommt jetzt hier wieder hin? Wo er? Ihr müsst übrigens unbedingt was mit der Abdichtung machen. Nicht so sehen. Die ist nicht sicher, die Höhle. Nee, definitiv nicht. Überhaupt gar nicht. Entschuldige, ich will die jetzt nicht im Weg stehen. Okay. Hier geht er nicht. Habt ihr mir auch... Ich brauche Wasser. Wasser? Mixer, mein Mixer. Ich hab nur noch zwei Wasser. Nein, nein. Wasser. Ich brauche frisches... Habt ihr Wasser für? 25 Stück. Schau mal, wie viel Wasser ist genug? Ich? Wasser? Äh, warte mal. Wo bist du überhaupt? Einstecken habe ich null. Hier sind Gläser in den Kisten und vielleicht, wenn ihr... Ich glaub da oben links, dann gleich nochmal, da war... Oh, war das was? Hier sind Gläser, ja, ist richtig. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie viele das hier sind. Hast du Gläser? 33 hätte ich jetzt leer. Ja. Ich hol dir einfach mal 33 Wasser und dann sehen wir uns gleich wieder, okay, Professorchen? Machen wir das? Mach doch nur 24. Tu mal sowas, der Doof ist zu. 25. Ja gut, dann nehm ich dann den Rest, was übrig bleibt. Hier, warte, zeig dir wo. Geh mal raus. Ja, danke. Gute Idee. Hier links, hier links, hier links. Hallo? Wie? Hier links? Ja. Guck mal. Ja, man will ja mich verarschen, Mann. Warum ruht der denn nicht selber sein Scheißwasser, Mann? Ja, weil wir damit angefangen haben, jetzt ihm den Scheiß zu machen, da. Wir müssen da jetzt auch dringend wieder aufhören. So, Professor, hier, ähm, frisches Quellwasser. Ja. Jetzt, ich pack's dir hier in die Kiste, ne? In die Kiste. Leute. Ja. 25 Stück. Wie du's haben wolltest. Die anderen acht, nehm ich an mich. Ja? So. Ist drin. Ihr wolltet doch noch auch ein bisschen und die... Was ist denn mit dem Heilmittel, Doktor? Was ist denn mit dem Heilmittel? Ich habe... Wasser. Ich habe, mhm... Ja, 24 Wasser. Wieso 25? Alter, mit dem kommen wir nicht voran schon, weil das ist nicht... Ähm, Leute, bitte. Eine, eine, eine Sache müsst ihr mal machen. Eine. Ja. Da rein. Wollen wir ihn noch mal fragen, wie wegen der Firma? Wir brauchen... Wegen dem Boss, oder was? Ja, okay. Wir brauchen... Ja? Ich brauche eine Sache. Aber nicht auch nicht. Es ist nur eine Sache. Eine Sache ist es nur. Aber... Könnte gefährlich werden. Weil... Na? Wir brauchen... Dringend. Ich habe nämlich... Und... Es ist fast der Durchbruch. Aber... Diese Sache fehlt. Und... Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Also, wenn du mir sagen würdest, was wir nicht können, unter Umständen, dann könnten wir ja entscheiden, ob wir das können oder nicht. Unter Umständen. Also, ich brauche... Ja? Fünf Fälle. Okay, kein Problem. Was für Fälle? Kein Problem, sagst du. Du bist... Fünf Fälle brauche ich... Ja? Vom Kaninchen... Von dem Talurus-Bären. Vom was? Fünf Fälle. Fünf Fälle. Erstmal ganz schnell. Warte mal. Was? Film, Schreiber? Keine Ahnung. Talurus-Bären. Wo kommst du denn hier? An? Was schaffst du dir so, Junge? Der schwarze Bär... Der schwarze Bär? Der Schbär... Der kommt aus dem... Aus dem... Schwarzen Schleim. Nee, schwarzen Schleim. Habt ihr noch nie gehört von dem? Doch, 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 doch. Oh! Du weißt, welchen Bein der wäre? Wenn du kein Eisbär meinst, dann weiß ich, was du meinst. Fünf Fälle? Fünf Fälle. Okay. Ja. Du bist ein Fünf. Wieso Fünf? Wieso Fünf? Warum nicht Sechs? Warum Fünf? Warum Fünf und Zwanzig was? Also müssen wir Fünf von diesen... Frag Zachen. Entschuldige bitte. Ja, mein... Ich komme gleich zurück. Halt dich mal raus jetzt, Mensch. Du machst dich jetzt verrückt. Dann kriegen wir noch nie was raus. Alle noch viel länger. Entschuldige mal bitte. Das weiß ich selber. Das weiß ich, weil du musst ja ein bisschen wie mit dem Kind. Muss. Für den Schmack, oder? Muss halt. Fünf Fälle. Ja. Fünf Fälle. Fünf Fälle von dem Teilmusbären. Ja. Fünf Fälle. Rote Augen. Man erkennt ihn gut. Er springt aus dem Schleim. Ja. Wir wissen genau, welchen du meinst. Der irdische... Und dann meinst du, kannst du das Heilmittel machen? Ben, den Mixer hast du mir gebracht. Ja, das... Ja, da. Warum zieht er mit einer Waffe? Das mache ich gar nicht. Ich gucke mich hier nur um. Es ist einfach nur... Schrober, mach die Waffe runter. Er wird... Er wird... Bitte, Mann. Das machst du halt nur noch schwieriger mit deiner Art. Röber? Ja? Möchtest du auch einen Blaubei-Kuchen? Nein, danke. Danke. Du bleibst hier. Bleib hier. Ruhig. Ich hab einen Gebacken satt. Bleib ruhig. Alles gut. Für jeden... Fünf zum Biberen. Also, wenn ihr wollt. Fünf Fälle. Kannst du dich draußen nicht um den... Um den Weißhander kümmern? Ach, um den... Ich hab, ähm... Krei-Saner. Wenn ihr wollt. Ja? Nein. Äh... Nein, danke. Fälle. Wassergläser. Bogen. Hopfen. Gott, alles voll mit Kacke hier. Naja, gut. Ja, das war ich. So, also, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr? Wir kümmern uns drum. Und wir sind so schnell wie möglich wieder da. Ja, ja. Ihr wisst, wo das ist? Ihr wisst, wo die, wo die sind? Naja, also... Letztens hab ich's gehört. Ich hab's gehört. Letztens im Süden. Hab ich gehört, da war... Da war was im Süden. Aber die sind... Alle weg. Ja, das war bei der... Ich glaub, ich weiß, wo du warst. Im Süden waren das... Sag mal, apropos. Wir haben dir doch am Anfang mal was von der Firma erzählt, richtig? Kannst du dich noch erinnern? Firma? Boss? Irgendwie so Sachen? Ja. Ja, Firma, ja. Ja. Kann es sein, dass die hier waren? Oder dass die dich besucht haben? Oder irgendwie... Nee. Du was von denen gehört hast? Hm, hm, nö, nö. Klingt irgendwie... Nö, nö, alles... Ich war... Hier war... Nur die Zombies waren hier. Nein, nein, nein. Und du hast auch nichts hier von diesem... Bier, Sepp, oder so? Sag dir nichts, nee? Professor, raus mit der Sprache. Ich merke, dass du da was... Reden. Merke das. War einer hier. Ja? Es war... Der sprach. Ja? Andere Sprache. Was für eine Sprache denn? Sprache. Anders kann ich... Aber schon eine menschliche... Was machst du denn? Da würdest du mich verarschen. Komm runter von den Rabatten. Sucht auch die Fälle. Und... Ja? ...basierte von... ...die verloren gegangen sind durch Explosionen. Wer ist verloren hier? Wenn ihr Beeren... Wenn ihr die Beeren findet, pflückt sie nicht. Tötet sie langsam. Ja? Und nicht mit Explosionspulver. Wir brauchen die Fälle. Nicht nur das Fleisch. Mhm. Okay. Ja, das Fleisch. Verstehe, was du meinst. Im Mixer. Das Fleisch im Mixer. Halt die ruhig, Mann. Nicht zu fassen, Edda. Ich bin total ruhig. Ja. Rufen. Ja. Das klären wir noch. Und... Ihr könnt auch, wenn ihr wollt... Ich geb euch auch Geld. Nee. Nee, nee. Wisst du, was wir wollen? Wir haben kein Geld. Wir wollen, dass du ein Heilmittel machst, dass die Scheiße hier aufhört und dass wir ganz normale Zivilisationen wieder in der Reihe kriegen. Nicht mein Geld? Nein. Nein. Was für Geld denn hier? Andere wollen alle nur das Geld. Kannst du nicht mal stehen bleiben? Wir wollen alle nur das Geld. Bitte. Mit Sahne oben drauf. Habt ihr das Wasser gebracht? Ja. Das Wasser? Wo ist das Wasser? Das hattest du schon längst in die Kiste? Okay, pass auf. Du willst die Bärenfälle, wir bringen dir die Bärenfälle und dann reden wir weiter. Kann euch... Und nochmal die Frage. Über Bier, Sepp, oder irgendwas? Weißt du nichts? Nein. Nein, 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 nein. Hat der, der die andere Sprache spricht? Irgendwas von Bier erwähnt? Irgendwas? Weiß ich nicht. Ich bräuchte... Hopfen brauche ich noch und... Hopfen? Nein, Hopfen habe ich, aber... Ein frisches Bier wäre nicht schlecht. Ein frisches. Wenn ihr mir eins bringen könntet. Ich bin so durstig. Ja. Okay. So durstig. Und... Schwarze Schleim. Also ich hätte eins dabei. Gib ihm ein Bier. Hier, ich pack's dir. Ja, mal hier. Auf die Kiste. Oh. Bitteschön. Oh, das Bier. Hier, du kriegst auch, weil du einen... Ich hab nicht viel. Du kannst... Ich hab nicht viel, aber... Okay, dräng ich mal um. Du kannst hier... Nimm... Für ein Bier. Unnütze, Steine, Steine, Unnütze. Hier, Diamanten. Hast du dir gerade rohe Diamanten gegeben? Ja, da. Nein. Ähm. Ich glaub, deinem Kollegen ist hier gerade noch ein kleiner Lapsus passiert. Ja, das... Es ist ab und zu... Wenn dieses Geschrei überhand nimmt und nicht aufhört... Kotzt der? Nee, das ist Sand irgendwie. Der will... Komm mal, komm mal, ganz kurz, ganz kurz. Das Ding in Ruhe, das ist... Es ist nicht so... Nicht so, dass er sich... Kommt. Ja, jetzt mal. Der muss sich jetzt ausruhen, der Junge. Ja, ja. Ja, klar. Der hat viel zu tun. Und ich gehe mit euch nochmal... Also... Bären kriegt ihr. Ja. An Sträucher natürlich. Ja. Aber das... Das sind... Das sind nicht die richtigen. Nein. Nein, das ist schon klar. Nein, nein, nein. Ja. Wir brauchen... Talurusbären. Ja. Talurusbären. Ja, ja, klar. Da werden wir uns drum kümmern. Stäulichkeit. Rote Augen. Ihr kennt sie, rote Augen. Ja. Ja, genau. Wenn ihr dicht dran geht, seht ihr es. Sie leuchten. Aber? 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 Du bist bewaffnet, ja? Ja. Ich bin bewaffnet, ja. Dein Freund Jack auch? Die sind... Nicht so ganz ohne... Gefährlich. Wir haben schon mal welche miterlebt. Gesehen, ja. Ja. Aber? Wir brauchen Fälle. Fünf Stück. Ja, ja. Fünf Fälle, hm? Davon können wir sicherlich... Das Wasser hattest du, ne? Ich hab's dir gegeben, ja. Eine Kiste ist alles unten, Professor Rossi. Keine Sorgen machen. Alles da. Ihr kriegt, wenn ihr wollt, im... Ihr fahrt, ihr fahrt, am besten nordwestlich, nordwestlich. Nordwestlich? Nordwestlich. Bären, Schleim, tut sich Pisten mit was. Nordwestlich. Lixer. Okay. Und wer ist es da? Ähm. Lixer. Das... Also, diese, diese... Das strengt mich immer unfassbar an, ne? Was mich anstrengt, dass du mich da unten wie ein Blöden dastehen lässt. Schleim, weil du hast sonst jetzt nicht gerade unbedingt geholfen. Wir müssen hier unbedingt weg jetzt, Zombie. Ich hab nicht geholfen, bis ich steh da rum. Guck mich um. Du stehst auf den Rabatten rum, Mann. Ja, lass mich doch. Nee. Wo ist denn das Problem? Ja, du kannst doch nicht auf die Kisten rumstehen, Mann. Würdest du auch nicht geifeln? Den abschießen. Ich hatte den so hart im Skop, und ich hab den ein bisschen sofort umgebracht. Ja, warte, hilfst du uns doch nicht weiter. Da sind hier Zombies. Können wir dich ganz kurz mal klären, bevor die hier... Ach so, du hast Stress? Okay. Äh, nö. Ach, guck mal, schon tot. Oh, lila Schrotze. Hier oben noch, bei der Behausung. Sehr gut, danke. Oh, was für Geräusche. Klingt aber nicht gut, ey. Klingt definitiv nicht gut. Sind wir noch da? Nee, nee, wir sind weg. Wir haben nur den Umkreis kurz geleert. Alles gut. Nordmessen. Du hast gesagt, alles klar, danke. Wir sind bei dir. Findet. Findet. Findet ihr den, den, auch den? Ja, na klar. Na klar. Mit, mit ohne. Nordwesten. Wir wissen Bescheid, danke. Echt jetzt? Du fährst direkt hart Nordwesten? Na gut. Hat er gesagt? Na, oder nicht? Okay, du machst das schon, Professor. Alles wird gut. Willst du jetzt hier einfach hart Nordwesten fahren, oder? Nee, ähm. Weißt du, wo man einen Zombie-Bär findet? Nee, keine Ahnung. In einer großen Stadt irgendwie. In einer Stadt null. An einer Firma hatten wir. Ja, das stimmt. Das hat er ja auch gemeint, sehr wahrscheinlich, ne? Kann mir vorstellen, was aber nicht Nordwesten war. Aber woher soll er das wissen, ja? Außer dieser Bande. Vom Süden gesprochen, also... Ja, stimmt. Da dachte ich schon an die Firma. Und du ja auch. Also, das... Ja, hört aber... Ja, auch noch. Was hier ist, das sind Fehlern. Fahre nochmal kurz. Das kann ich so liegen lassen. Kannst du so nicht liegen lassen? Nee. Ich hab irgendwie so ganz doof das Gefühl, dass wir gleich hier so ein Schleimding... Ja, ich hab auch... Genau das ist mein Gefühl, ja. Ja. Also, ich hab auch viel zu wenig Munition dafür, jetzt, um ehrlich zu sein. Wir müssten erstmal kurz nach Hause. Echt jetzt? Ja, also theoretisch, ja. Bist du weiter? Ich bin... Ich hab kurz angehalten. Ich hab jetzt hier kurz angehalten. Hier sind noch ein paar... noch ein paar Steine, die ich sonst nochmal auseinandernehmen würde für, ähm... Na? Potession. Potession. Genau. Haben wir nicht in der... Unten in der Base irgendwie noch? In der Höhle? Ja. Nee, kannst du dich aktuell nicht mehr drauf verlassen. Ich hab nur sporadisch etwas da gefunden, also... Ich mein, wir haben Mopeds, wir können Schnee fangen. Bevor jetzt hier irgendwelche... Ich meine, der hat jetzt... Ich hab nicht das Gefühl, dass er die große Eilne hat, und, ähm... Um echt zu sein... Brauche ich Abstand. Du brauchst Abstand. Du musst mir erstmal... Man sieht mich. Ja, gut, okay. Dann, dann, ähm... Wir fahren uns kurz nach Hause, dann fahren wir in den Schnee, und dann... Ja. ...wählen wir weiter. Was hältst du von dem Plan? Okay, alles klar. Fühl ich gut. Fühl ich gut. Machen wir so. Dann, ähm... Back home. Südaußen. Ja, hier. Auf der Straße, ne? Und dann... Ja, genau. Das ist eine gute Sache. Hüpf. Mann, ey. Ich fand der... Am Anfang hat er gedacht, der ist ja nicht mehr so durch, wie er mal war. Und dann hat er gedacht, der ist noch viel durcher. Noch viel durcher? Ja, durch, durch... Also, die... Die Steigerung von durch, wie... Das ist ein normaler Bär, ne? War ein normaler Bär, oder? Ja? Ähm... Schau mal. Da, schau mal. Was denn? Hier ist ein Bär, aber... Ist das ein Zombie-Bär? Ne. Okay. Ja, ne. Wie hat er die genannt? Talurus? Talurus-Bär? Talurus-Bären, okay. Oder Talus... Talurus. Ja, ne. Talus war ich nicht. Ach, der führt ja direkt in die Stadt, hier. Wie ich... Ja, das hätte man ja nur wissen müssen, hier. Ja, eigentlich schon. Ups, bin jetzt nicht Sprung-Sombie. Und ich bin auch mal drüber erfahren. Da weiß er Bescheid. Hm. Das ist tatsächlich direkt in unsere Stadt. Das ist ja witzig. Ja, ist doch quasi direkt zu unserer, ne? Schwierig. Eben mal kurz links-rechts und dann bist du ja schon da. Oh. Geht so... Geht so kurz. Die Strecke. Schon merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Wett. Seitdem wir hier sind, ist das alles merkwürdig. Stimmt allerdings. Seitdem hier Apokalypse ist, ist sowieso nichts mehr nicht merkwürdig. Ist das alles nur noch merkwürdig. Das ist allerdings so. Ja, das stimmt allerdings. Aber gut. So muss es ja auch sein in der Apokalypse, ne? Ach, du bist jetzt der Apokalypsen-Kenner. Nee, ist auch meine erste. Tut mir leid, aber sag mal, wenn das alles schön wäre und einfach wäre, dann wäre es ja Zivilisation, also... Dann wäre es kein Apokalypse, da hast du jetzt nicht Unrecht. Pack den Moped wieder hinten. Glitsch bei mir hier in eine Richtung. Mann, 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 Mann. Okay, Moped ist leer. Geht nur abschließen. Bin ich noch mal drin? Ach so, ich bin noch nicht. Gut, dann... Geht ganz kurz nochmal hier Sachen ernten und wieder neu anpflanzen. Soll ich dir da irgendwie helfen, oder so? Nö, eigentlich nicht. Alles gut. Kurz unten die Sachen auspacken und dann irgendwie jetzt noch in Schnee? 16 Uhr? Fragezeichen. Ich meine, wir könnten zumindest aufbrechen. Dann suchen wir uns da mal... Oder? Ja! Wir brauchen noch Eisen und sowas. Wollen wir nicht die Nacht noch ein bisschen hämmern und hauen und kloppen? Bei uns jetzt, oder was? Ja. Ja, weiß nicht, ja. Können wir auch machen. Klar. Kein Problem. Ich glaube, das ist fast sicherer. Wenn wir morgen früh gleich um vier starten. Wieder mal eine Stunde, eine Nacht. Also seitdem wir hier... Haben wir nur ganz, ganz wenige schlafen, ne? Ganz... Sehr wenig, ja, ja. Sehr wenig. Ja. Quasi fast gar nicht. Ich habe übrigens was geklaut. Was hast du denn geklaut? Herbal Antibiotika Rezept. Ja, lag da so rum. Und dann... Kräutig nicht näher sagen. Ups. Ist mir wohl ein kleiner Lapsus passiert. Äh, mh. Entschuldigung. Ein Lapsus? Ja. Naja. Ein Lapsus. Meine Damen und Herren. Und, äh... Wenn es gefallen hat, dann lassen wir uns einen Daumen um da. Und, äh, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.